so leute da sind wir wieder mit einer extra video für leute die gerne schweifen und das ohne popnieten hier haben wir eine aus edelstahl gemacht man sieht hier ich habe das ohne popnieten geschweigt genauso aus alu funktioniert das auch jetzt machen wir eine aus az hier ist die überlappung und man schneidt quasi hier nur so ein bisschen weg das hier nur ein bisschen übrig bleibt wenn man das dann rundet sieht man hier keine popnieten dass es gibt leute die haben gern und das ist hier einfach ein video dass es auch ohne geht dann machen wir noch ein bisschen halbes schlag mehr wieder zurück raus dann sieht man hier auch von der seite keine kratzer ohne popnieter das ist für die jung klempners gedacht die alte hase kennen das alles schon oder möchte es nicht kennen auf jeden fall ja da hat man jede menge popnieten gehammer und bohren gespart und natürlich aus extra und aus extra stanz die natürlich vor dass die leute draußen einmal bohren müssen